Also ich bin natürlich nervös, aber gut nervös. Es gibt ja auch schrecklich nervös und das kennt ja wahrscheinlich auch jeder, wenn jemand hier zum Beispiel eine kleine Nebenrolle hat und ans Set kommt um 6.30 Uhr morgens und hinter seiner Atemwolke steht und niemanden kennt und sich vorstellt namentlich und einen Becher Kaffee bitte und in Klammenfingern diesen Becher Kaffee hält und sich umschaut und alle reden vom Vortag. Wie geiler Drehtag das war und wie super die Kollegen waren und Entschuldigung, könnte ich vielleicht einen Kaffee? Ja, bist du vom Team? Es ist grauenhaft. Man fühlt sich wahnsinnig alleine und weiß, aber ich muss heute noch eine Riesen-Performance abliefern und kennt niemand und hat einen Drehtag oder zwei. Also die Hölle. Aber ja, man weiß auch, man liebt den Beruf und man wird es schaffen und es hängt alles von einem selber ab und stimmt das überhaupt, dass es von einem selber abhängt und abhebt auch natürlich. Vor vielen Jahren hat mir mal ein Regisseur eine Rolle angeboten, die Alex hieß, in einem Mehrteiler und ich bin dann zu ihm in die Küche in seiner Münchner Wohnung und habe mit ihm über diese Rolle gesprochen und dann sagte er zu mir, dann sagte ich zu ihm, hör mal, der steht ja da nur rum und sagt nichts, dieser Alex. Fünf, sechs Drehbuchseiten steht, ist stumm. Und dann sagt er, ja, ja, der steht da und sagt nichts. Hochinteressant. Und er steht nicht nur rum, er steht auch ganz an der Seite. Und da sagte ich, Alex steht ganz an der Seite und er sagt nichts. Fünf, sechs Seiten lang sagt er nichts. Wie interessant, ja. Und dann sagt er, jetzt hör mal, Axel, in der Wildnis, in der Wildnis, in der Steinzeit, der Feind kam ganz von der Seite. Unsere höchste Aufmerksamkeit geht auf die Seite, auf die äußersten Seiten. Und in der Wildnis hat einem das das Leben gerettet, verstehst du? Ja, ja, ich verstand. Gott sei Dank hatte ich dann, das war übrigens, genau, ihr wisst es, nein, ganz berühmter, toller Regisseur nebenbei. Ich hatte dann Theaterproben und konnte diese Rolle Alex nicht spielen. Ich versuchte noch, mich witzig zu äußern, sagte, der steht also bei den Perforationslöchern sozusagen an der Seite von dem Film. Damals gab es so Perforationslöcher beim Film. Es ist eben, wie gesagt, lange her. Ich hatte dann Theaterproben, ich mache das kurz, eine zweite Erfahrung mit Nebenrolle. Am Theater spielte ich mit Heinz Bennet. Und Heinz Bennet, legendär, unberechenbar, ganz alte Schule, ein genialischer Schauspieler, stand immer in der Mitte der Bühne. Kaum, dass sozusagen die Probe begann, ich stand dann neben ihm irgendwie und dann sagte er, pass mal auf, Axel, kannst du dir vorstellen, du gehst mal so ein bisschen zur Seite? So ein bisschen mal zur Seite. Ich sagte, ja, kann ich machen, aber noch weiter. Dann habe ich so ins Publikum geschaut, wo der Regisseur saß und dann sagte er, ja, mach es doch einfach mal, probier es mal aus, es kann doch nicht so schwer sein. Mein Gott, du gehst ein paar Schritte in die Seite. Ich habe das gemacht, rampenparallel zur Seite gegangen, ich verschwand in der Nullgasse. Ich sagte, ey Leute, hier sieht mich keiner mehr, hier steht ein Feuerlöscher. Heinz Bennet sagte, ja, aber wie interessant ist das, nicht wahr? Man fragt sich, man fragt sich, wessen Stimme ist das? Was sagt dieser Mensch? Ich war nicht so mutig zu sagen, Heinz, lass stecken, aber ich war dann doch sichtbar am Abend dieser späteren Vorstellung, Botho Strauß, Besucher. Die dritte Merkwürdigkeit, und die werdet ihr auch alle kennen, ihr bekommt ein Drehbuch geschickt. Eure Regisseurin, Agentin, Agent ruft an und sagt, du, da kommt jetzt ein Drehbuch, lies es mal, ist eine kleine Rolle. Also ein Drehtag, vielleicht ein halber Drehtag, aber sie würden den ganzen Drehtag auch zahlen, lies es doch mal. Du liest das Drehbuch, also das heißt, du liest es nicht. Nein, nein, so sind wir nicht. Wir blättern es durch. Einmal von vorne nach hinten, dann von hinten nach vorne. Der Name taucht gar nicht auf. Beim dritten Versuch, in der Mitte des Drehbuchs, taucht diese Figur auf. Sagen wir mal, die Figur heißt Schalterbeamter. Du liest die halbe Seite, jetzt ruft der Regisseur an und er sagt, pass mal auf, hast du das Buch schon bekommen? Sag ich, ja, ja, ja. Ich weiß, es ist eine kleine Rolle, ich weiß auch nicht genau, wann du dran bist auf dem Drehplan. Wir drehen sechs Wochen, musst dir halt bereit sein. Aber, hör mal, ich sage, ja, aber das ist, der sagt ja ganz beliebige Dinge. Ich kann hier gar keine Figur eigentlich so erkennen. Doch, 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 wenn du es noch mal lesen könntest. Also, der checkt alles, der versteht alles, der weiß alles. Und jetzt sage ich dir etwas, Axel. Ich sage, was wirst du mir jetzt sagen? Ja, diese Rolle, das ist der liebe Gott. Du spielst den lieben Gott, du bist der liebe Gott. Nicht du, Axel, natürlich, aber diese Rolle, das ist der liebe Gott. Also gut, ich stelle gerade die Kategorie Nebenrolle vor. Es soll ja noch weitergehen. Ich glaube, zwölf weitere Kategorien. In Amerika heißt es Supporting Actor. Das ist ehrlich geradeaus, da weiß man, man unterstützt den Hauptdarsteller. Der glänzt im Kino und da kommt das Geld her. Und wir nennen es, ja, Tschechow sagt, alle Figuren sind eigentlich gleich wichtig. Es ist die Perspektive des Autoren, des Dichters oder des Regisseurs, dass man hier eine Rolle und da eine Rolle etwas länger im Licht steht und wir sie etwas länger und intensiver kennenlernen. Kurzum, es gibt gar keine Nebenrollen. So, und jetzt bin ich doch tatsächlich etwas nervös.